Wer sind Sie? Das ist eine sehr lange Geschichte. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was Sie eigentlich geschaffen. Sie haben das auch für persönlich gekannt, seit einer halben Ewigkeit. Wir kennen uns seit, äh, noch vor diesem, diesem großen Knall damals. Ich verstehe, was für ein großer Knall war das denn damals? Der Urknall. Sagen Sie, wozu brauchen Sie mich überhaupt? Ich kann nicht Autofahren. Das wird noch ein langer Tag. Ich finde es nett hier. Ich habe sogar Autofahren gelernt. Es wäre besser, wenn du verschwindest. Du zerknitterst meine Sachen. Es wäre so einfach, dich zu töten. Warst du schon einmal mit deiner Frau zusammen, Zofiel? Das ist wieder tot. Angst. War ich ein Engel des Todes? Heute sterbe ich jeden Tag, wenn mein Geld reicht. War ich ein Engel des Todes? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gabriel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020